Hallo Leute, willkommen zurück beim neuen Let's Play von mir. Wir spielen Rayman Origins. Das neue Rayman. Sehr geil, sehr geil. Ich habe mir kurz fünf Sekunden angetestet. Und das Spiel war nur ziemlich geil. Also wir spielen mal hier ein neues Spiel. Ich habe ja nichts gesammelt, nichts. Und schon wie man das Spiel. Die Maus weg, danke. Oho, es war einmal. Geil. Cool. Geil. Hm, Eier. Rayman. Ja, einfach mal den Arsch kratzen. Na, ihr gingst doch. Geil. Die Monster, die Monster, töten. Lol. Hör, einfach mal weitermachen, ne? Ja, da wäre ich auch abgekratzen, ne? Lol. Lol. Ja, und die anderen pennen einfach weiter, ne? Lol. Höhöh, geil. Ja, einfach mal alle verreckten, ne? F*** euch. Boah, wir sind die Supermänner. Voll in your face. Bah, 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 bah. In your face. Äh, warum mit schwarz? Nein, im Gefängnis. Nein. So, Spielstadt und ich muss schnell eine Aufnahmepause machen. Und ich muss mir was trinken holen. Tschüss. So, weiter geht's mit Rayman. Ja. Fangen wir mal an. Oh, ich kann ja nicht mit Controller spielen, ja schon. Geil. Tu, Großvater, komm auch mal mit. Geil. Hey, du Klatschspielerheld. Siehst du so aus, als ob der alte Meister wieder mal Blasen spuckt? Wir werden diesmal viele Elektrons brauchen und wieder Entschluss. Okay. Okay. Jetzt, wo soll ich hingehen? Auf der Seite? Äh, ich glaube, ich bin falsch gegangen. Ich glaube, es war auf der Seite leuchtet es. Kall. Cool. Loll. Loll. Geil. Das ist wie Mario. Dritten Leer-Kostokin. Äh, okay, schau mir mal aufs Spiel. Ja, also ich hab's noch nie gezockt, also. So, ich kann spielen. Geil. Und die Ladesequenzen haben sie ziemlich geil gemacht. So, Rayman. Ja, ich bin ein sehr großer Rayman-Fan. Lass mich raus. Tschö. Geil. Mit geil. Und den Boden, den Boden darf ich dich berühren. Okay. So, mal gut zu wissen. Und die kann ich springen. Geil. Cool. Geil. Geil. Das ist wirklich wie Super Mario. Cool. Wasserbarn. Ohne. So, wie kann ich dir helfen? Ich hab's hier geworfen, jetzt gibt's mir was. Hm, geile Titten. Geile Titten. Was hab ich bekommen? Mein Schlager, wie? Es zu schlagen. Bam, in your face. In your face. Ja, einfach mal sterben. Ich muss die Steuerung anders machen, weil ich kann nicht so spielen. Weil, in A, unten. Rechts. Und schlagen, wenn es geht. Mit, mit, äh. Mit Maustaste. Nicht. Halt mit E. E ist einfach leicht. Fortfahren. Jo. Äh, okay. Cool. Fast. In your face. Ich muss noch was an KMT-A-N-Fraps machen, bis und, nach Aufnahme raus. So, jetzt besser, ich hab's auf 30 FPS gestellt. Nicht. Boah, meine Frösse. Halt die Auflösung schlechter machen, man kann nix machen. Annehmen. Jo, Leute, weiter geht's, jo. Es lädt, ich weiß nicht warum. Es lädt. Ja. So, jetzt hopp wie mal's funktioniert. Ja, es funktioniert auch sehr gut. Ja, ja, ich lass dich raus. Ja, ja, ich lass dich raus. Wir müssen einfach wieder mal diesen Park auf einmal spielen, aber macht ja nix. Keil ist das Spiel. Ich hab' das Spiel gespielt, als ich noch klein war. Ich hab' das Spiel. Ja, ich hab' dasANS und furcht discs. Ja, ich hab' er drin. we bientôt Lonalalo ja auch immer gut brachte aber gar nie üben Super Natur verwenden Kuhn Lolo Lolo Scheiße Fock mich tot Fock mich schlussend 0 0 0 die Bildung des Posten Mainz Kuss 0 alles noch einmal zocken Wunder Kacke Rundfunk die Schuss das ja noch verwecken meine Fresse doch kommen auch wieder mal hoch runter links rechts nun schlugen Schiff das ist auch der Scheiß so mit was soll ich machen mit Mumpers Zitron Zitron Lolo 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 ja ich weiß ich will die Fakten Nein ich werde Fock ey Boah wie schlecht bin ich mein Fressen ja ich weiß dass ich nicht rein ich weiß dass ich nicht geile Fortschritt aber ja ich möchte nicht sterben Jörg ja ich habe nicht alle geholt ja ich habe nicht alle geholt ja 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 ich muss es ansehen zu es ist angriff und wir schon zweimal gesehen das dritte mal jetzt so jetzt habe ich dich in die Fresse geschlagen Klo in deinem Herz 2 Prozent scheiße Arke Jaja Rem schon geil so ein Bar und wird immer gehalten aber dieses Rennen gefällt mir auch nicht wirklich die Steuerung scheiße und das Spiel an sich es macht Spaß hier auch wenn das passiert zu können Loll Loll ja genau Loll ja fickt euch ihr Macher von Raymond Jörg in Verkacken Scheißläufel ach scheiße Rem ok Rem springt ok ok ja ja fickt ja genau genau das dritte mal jetzt boah meine Fresse muss ich auch sprinten geil ich will das Herz nein du wirst mich nicht schlagen weil ich werde dich schlagen ich werde dich schlagen ich werde dich schlagen ab zu dich komme ich nicht okay doch doch warum muss ich Sprinten ne warum muss ich Sprinten du kriegst jetzt fort und schlagen in wie jetzt ich habe nur ein Teil sie ja ich bekomme zweiten und dritten und neben vor schoss Fostmann was für dich im dritten bekommen Lolo Lolo Köln Köln im Jahr weiter Lolo Lolo betreten Köln das ist das ja ich muss genau ziehen wie kann ich es anziehen schlagen wie auch die diese vor allem gelben Sportbarn muss Energie ok